Was ist die Idee dahinter? Ja, es wächst unglaublich. Es ist echt super und die Idee dahinter, dass Leute, die richtig Bock auf Golf haben, aber extrem viel arbeiten müssen, nochmal schnell competitive irgendwo in den Löchern spielen können, ich finde es super. Ich glaube auch gerade für Nicht-Golfer, da ans Golf ranzukommen, ist eine super Idee. La Reus ist jetzt auch mit dabei. Ich glaube, es gibt jetzt bis zu 30.000 Leute, die jetzt diese After World Golf Cups spielen und es ist sensationell, ich finde es super. Ich kann mich erinnern, so vor 30, 40 Jahren hat es sehr viele neuen Lochplätze gegeben und man hat dann gesagt damals, nein, die neuen Lochplätze sind out, du brauchst 18 Loch, das ist der Standard. Ist ja auch richtig, aber nicht für alle. Also es gibt welche, die durchaus am Abend schnell nach der Arbeit, das heißt ja After World Cup, also nach der Arbeit, schnell auf den Golfplatz gehen, neuen Loch spielen und dann hinterher ein Bier trinken und sich vergnügen. Wir freuen uns sehr, dass der Mercedes-Benz After World Golf Cup eine so positive Entwicklung hat. Wir sind insgesamt bei über 3.000 Turnieren im Jahr 2014 in der Planung und haben über 260 teilnehmende Golfclubs in diesem Jahr. Ja, ich weiß selbst am besten in meinem Job, wie wenig Zeit man für das Golfspiel findet und das neue Lochformat bietet einfach so viele Möglichkeiten, mal eben für zwei Stunden zu verschwinden und sogar ein Turnier zu spielen. Die Idee ist, dass ich meinen Ball gut platziere auf dem Fairway und dass der Moritz dann schön weiterspielt und möglichst mit wenig Schlägen einlocht. Wenn die Leute gleich gut sind oder besser, dann kommen sie in die Tombola und können einen sensationellen Preis gewinnen. Ich finde es super. Ich glaube, man merkt auch bei den Leuten, die jetzt hier mitspielen, die haben alle riesig Spaß. Wir spielen nur ein Neunloch in zwei Stunden, kann dann jeder erzählen, wie es auf der Runde war. Es ist schön kurz, es dauert nicht so lange und mir macht es Laune, ich glaube den Leuten auch. Ich finde, je älter man wird, umso interessanter wird das Spiel auch, weil ich war 20 Jahre Profi und da bin 20 Jahre Vieh gelaufen. Und irgendwann magst du nicht mehr, irgendwann suchst du halt eine Sportart, wo es halt ein bisschen gemütlicher zugeht und dann landest du irgendwann einmal, ob du willst oder nicht, beim Golf. Ich spiele jetzt genau 32 Jahre Golf und habe immer noch die gleiche Begeisterung wie vor 32 Jahren. Grundsätzlich sage ich den Leuten natürlich, dass sie auch dranbleiben sollen, was den Modus angeht. Wenn die Leute nach der Arbeit jetzt mal eben hier vorbeikommen und im Turniermodus eine Runde Golf spielen können, das ist super. Die Leute haben mich zu motivieren, dass sie nicht sagen, ich habe keine Zeit zum Golfspielen, ich lasse es lieber sein, bringt eh nichts. Sondern wirklich die zwei Stunden hier nutzen und richtig Gas geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.